UNTERTITELUNG Ich weiß, dass Steven nicht verrückt ist. Ich glaube, er ist besessen. Dein Bruder hat diese bösen Gedanken in deinem Kopf gepflanzt, Michelle. Was habe ich gesehen? Ich weiß nicht. Ich sehe es immer. Das kannst du deiner Familie nicht antun! Ich will mir den Jungen ansehen. Sie sind zu spät. Ich weiß, dass du da drin bist. Wir befehlen dir zu gehen. Wir wollen deine Seele. Es ist die Gottverdammte Kirche!